Also wir fangen jetzt an. Die letzte Veranstaltung an diesem Tag. Sie haben es im Programm gesehen, ich sehe es auch hier vorne. Ich heiße Ulrike Herrmann, bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und ich stelle Ihnen als allererstes mal die beiden anderen Herren hier auf dem Podium vor. Ganz links von mir sitzt Alexander Lorch. Er hat Betriebswirtschaft in Österreich-Winkel studiert. Dann 2013 am Institut für Wirtschaftsethik in St. Gallen promoviert und hat seit 2014 ein Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds, mit dem er dann Visiting Postdoc Scholar in Berkeley in Kalifornien ist. Ja, es gibt auch von ihm ein Buch. Das heißt, und das wird wahrscheinlich auch wesentlich dann die Grundlage für den Vortrag sein. Es heißt Freiheit für alle, Grundlagen einer neuen sozialen Marktwirtschaft, ist im Campus Verlag erschienen. So, neben ihm sitzt Jan Schnellenbach, den wahrscheinlich einige von Ihnen ja schon kennen, denn er hat ja eben die AG 4 moderiert, Baustelle föderale Ordnung. Aber für die, die nicht in AG 4 waren, sondern in anderen Arbeitsgemeinschaften, nochmal zur Sicherheit. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre in Cottbus, war vorher das geschäftsführender Forschungsreferent am Walter-Eucken-Institut in Freiburg, hatte Vertretungsprofessuren in Marburg, Heidelberg und Hamburg. Und auch von ihm gibt es ein Buch, das ist allerdings noch nicht erschienen, das soll im September 2015 erscheinen. Er hat es herausgegeben, heißt, wer sich vertiefen will, Föderalismus und Subsidiarität. So, jetzt ist der Ablauf so, dass Herr Leuch erst einmal 20 Minuten in das Thema einführen wird. Da wird es mehr um die Grundlagen gehen einer neuen sozialen Marktwirtschaft. Die politischen Konsequenzen, was heißt das denn jetzt eigentlich? Denn wir sind ja hier in der politischen Stiftung. Das machen wir dann mehr im Gespräch. Herr Schnellenbach wird dann die Thesen von Herrn Leuch anschließend noch kurz kommentieren. Aber wie das dann läuft, dazu komme ich, wenn es soweit ist. Jetzt ist erstmal Herr Leuch dran, 20 Minuten Vortrag. Ich und Herr Schnellenbach werden uns wieder in die erste Reihe setzen, damit wir das besser hören und kommen dann zurück, wenn Herr Leuch fertig ist. Okay. Gut. Herzlichen Dank, Frau Herrmann, für die netten, einleitenden Worte. Vielen Dank auch an die Wölz-Stiftung für die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen heute. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, vorneweg eine kurze Bemerkung. Wie Frau Herrmann schon sagte, bin ich kein Politiker, auch nicht Politikberater. Und auch wenn ich mal Wirtschaftswissenschaft studiert habe, verstehe ich mich doch heute eher als Wirtschaftsethiker und Philosoph. Als solcher tendiere ich dazu, grundsätzlichere Fragen zu stellen und vor allem konzeptionell zu arbeiten. Ich möchte Sie also vorwarnen, dass ich zwar konkrete wirtschaftspolitische Instrumente gerne mit Ihnen im Anschluss diskutiere, mein Vortrag geht es jedoch eher etwas, eine etwas andere Stoßrichtung haben wird. Der Vortrag lautet Freiheit für alle, Neubestimmung des Sozialen in der Marktwirtschaft. Und mir bleiben jetzt noch gut 18 Minuten, Ihnen einige Gedanken zu diesem umfassenden Thema zu formulieren. Ich werde dazu in einem ersten Teil meines Vortrags zunächst ein paar Worte zur sozialen Marktwirtschaft sagen wollen, bevor ich dann erklären möchte, was ich mit der Formulierung von Freiheit für alle eigentlich genau meine. Zum Schluss versuche ich dann zu zeigen, was meine Gedanken für die Politik bedeuten können. Den letzten Teil werden wir dann aber, wie Frau Herrmann schon sagte, in der Diskussion dann weiter ausführen. Aber genug der Vorrede. Die meisten Diskussionen zur Ordnungspolitik beginnen seit gut sieben Jahren fast immer gleich mit der Erwähnung der Finanz- und Wirtschaftskrise und ihrer Folgen. Seit dieser Erschütterung unserer wirtschaftspolitischen Debatten wurden ordnungspolitische Selbstverständlichkeiten infrage gestellt und neue Ansätze, alternative Ansätze und Diskussionen neu befeuert. Auch meine eigenen Gedanken zur sozialen Marktwirtschaft, die ich Ihnen im Folgenden skizzieren möchte, beginnen mit diesem wirtschaftspolitischen Großereignis. Also ich war gerade drei Tage am Institut für Wirtschaftsethik angestellt, als Lehman Brothers im September 2008 Konkurs anmeldete. Und die Ereignisse dieser Krisen, die haben mich und meine ganz eigene Forschung ganz erheblich geprägt. Diese heutige Konferenz der Wölsch-Stiftung hat gezeigt, dass es bezüglich ordnungspolitischer Herausforderungen eine Menge Rede- und Diskussionsbedarf gibt. Und zwar nicht nur in Bezug auf grüne Ordnungspolitik, sondern wirklich auf Ordnungspolitik ganz allgemein. Es ging heute um eine Vielzahl konkreter ordnungspolitischer Probleme und Herausforderungen um die Internalisierung externer Kosten, um Industriepolitik, um eine neue Finanzordnung, um Energiepolitik und so weiter. Um diese aufgeworfenen ordnungspolitischen Fragen zu beantworten, müssen wir meiner Meinung nach jedoch auch grundsätzliche Fragen stellen, aus denen sich dann auch erst Antworten auf wirtschaftspolitische Fragen ableiten lassen. Und diese grundsätzlicheren Fragen scheinen mir ganz philosophisch einerseits die Frage nach dem guten Leben des Einzelnen und andererseits die Frage nach dem guten Zusammenleben in Gesellschaft. Also wie wollen wir überhaupt leben und wie wollen wir zusammenleben? Daraus ergibt sich dann erst, was für eine Wirtschaft wir dafür brauchen und wie diese gestaltet werden kann. Also die ganz konkrete Frage, die ich eigentlich stellen möchte, ist, wozu Ordnungspolitik? Was ist eigentlich der Sinn unserer Wirtschaft? Wo führt das Ganze eigentlich hin? Wozu machen wir das Ganze? Die Energiedebatte hat das kurz aufgezeigt heute. Da ging es dann plötzlich darum, ja, wir wollen ja den Klimawandel stoppen. Es geht nicht darum, die Familienunternehmen zu ärgern, indem wir Energiepolitik betreiben oder indem wir Abgaben erheben. Sonst geht es darum, den Klimawandel zu verhindern. Also ein ganz konkretes Ziel, das wir da im Auge haben. In den vergangenen 60 Jahren war es in Deutschland die soziale Marktwirtschaft, die der Ordnungspolitik eine normative Orientierung zu geben schien und Wohlstand für alle versprochen hatte. Im Verlauf der letzten Jahre, vor allem aber unmittelbar nach der Krise, wurde dieser Begriff auch schnell wieder hervorgekramt und von allen möglichen Akteuren beschworen. Doch was macht die soziale Marktwirtschaft eigentlich aus? Der Begriff ist ja erstmal intuitiv angenehm. Also er formuliert zweierlei, einmal die freie Marktwirtschaft einerseits, die eben Wohlstand verspricht und einen sozialen Ausgleich auf der anderen Seite. Da haben wir die beiden Pole, Freiheit und Gerechtigkeit und die soziale Marktwirtschaft scheint das irgendwie verbinden zu wollen. Diese Aspekte hat sie allerdings in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und auch in den 2000er Jahren repräsentiert. Und dass sich die Ordnungspolitik im Verlauf dieser Jahrzehnte jedoch, je nach Regierung und auch nach politischen Umständen, erheblich unterschied, sollte offenkundig sein. Trotzdem hatten wir immer eine soziale Marktwirtschaft. Was also sagt der Begriff wirklich aus? Die soziale Marktwirtschaft ist ja eine Erfolgsgeschichte seit Gründung der Bundesrepublik und wird immer wieder mit dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit in Verbindung gebracht. Fast alle großen Parteien können sich heute darauf einigen, dass wir eine soziale Marktwirtschaft brauchen. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung bewertet den Begriff immer noch als positiv. Die Kirchen, die Gewerkschaften, alle sind eigentlich an Bord. Und auch im Maastrichter Vertrag ist festgeschrieben, dass sich die EU auf eine soziale Marktwirtschaft ausrichten möchte. Bei einer so breiten Zustimmung ist jedoch dann tatsächlich eine gewisse Skepsis angebracht, um zu schauen, was kann ein Begriff noch politisch aussagen, der von FDP bis SPD und Grüne von allen irgendwie gleichermaßen vertreten wird oder zumindest gewollt wird. Ich würde sagen, der Begriff alleine sagt letztlich nicht mehr sehr viel aus und in der Forschung wird zum Teil eben deswegen auch von einem bloßen Marketingbegriff gesprochen, einer Projektionsfläche, die gefüllt werden muss, oder eben auch einer Lehrformel, die alleine eben noch nicht viel transportiert. Der Begriff hat eben aufgrund seiner Geschichte dadurch sowohl einen unschätzbaren Vorteil wie eben auch einen Nachteil. Also er hat ein verbindendes Element, wir alle können uns darauf einigen, aber er ist eben gleichzeitig etwas unverbindlich und teilweise beliebig dadurch geworden. Doch der Begriff ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern in der Theorie des Ordoliberalismus verankert. Wir haben heute Morgen von Professor Feld schon einige Worte zu Eucken gehört, der eben der Vordenker oder ja wirklich der Vordenker des Ordoliberalismus gilt. Ich habe leider jetzt nicht die Zeit, die einzelnen anderen Autoren, die auch noch zur sozialen Marktwirtschaft geforscht oder diese mitgedacht haben, alles aufzuführen. Ich möchte aber noch Alfred Müller-Armark erwähnen, der eben als Schöpfer oder als Wortschöpfer dieses Begriff soziale Marktwirtschaft gilt und eben auch die Theorie ganz maßgeblich mitgeprägt hat. Es geht bei Müller-Armark um eine Marktwirtschaft, die in einen Ordnungsrahmen eingebettet sein muss. Darüber haben wir heute immer wieder gesprochen, um diesen Ordnungsrahmen. Der soziale Aspekt dieser sozialen Marktwirtschaft kommt dann eigentlich auf zweierlei Wegen zustande. Einerseits ist sozial im Sinne der gesellschaftlichen Einbettung der Marktwirtschaft zu verstehen. Die Marktwirtschaft soll zweckdienlich den Menschen unterstützen und fördern, indem sie eben Wohlstand für alle verspricht, wie Ludwig Erhard es formuliert hat. Andererseits aber bedeutet sozial auch ganz klassisch, ungerechte Marktergebnisse zu korrigieren, was eben dann Sozialpolitik entspricht. Bedeutsam ist vor allem, dass die soziale Marktwirtschaft nie bloß allein Wirtschaftspolitik war. Das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Es war nie alleine Wirtschaftspolitik, sondern immer auch Gesellschaftspolitik damit verbunden. Es ging den Autoren um eine ganz bestimmte Vorstellung des Zusammenlebens und es wurde mittels Ordnungspolitik eine konkrete Perspektive der Gesellschaft verfolgt. Ein Teil dieser Gesellschaft war dann natürlich auch die Marktwirtschaft, die aber in den gesellschaftlichen, politischen, juristischen und auch moralischen Rahmen der Gesellschaft eingebettet sein sollte. Die auch darum sozial ist, weil die Akteure politisch an diesem Rahmen beteiligt sind und dadurch bestimmte Moralvorstellungen in die Wirtschaft einbringen und einbauen konnten. Die Bedeutung des Ordnungsrahmens, den der Ordo-Liberalismus formuliert hat, ist darum nicht zu unterschätzen. Mängel in einem solchen Ordnungsrahmen hat die Finanz- und Wirtschaftskrise nur allzu deutlich gemacht, als man feststellte, dass der Rahmen nach massiven Deregulierungsschüben der 80er und 90er Jahren auch der 2000er noch plötzlich nicht mehr ausreichte. Und eben auch die heutige Diskussion zeigte, dass der Ordnungsrahmen bedeutsames Thema ist. Was nützt uns nun aber diese über 70 Jahre alte Theorie der sozialen Marktwirtschaft heute? Ich behaupte, sie hilft uns nicht dabei, aktuelle Probleme zu bewältigen, indem wir, wie Frau Merkel beispielsweise vor einigen Jahren forderte, alleine zurück zu den Wurzeln von Erhard und Co. gehen. Das hat Herr Feld heute Morgen auch schon gesagt. Es ist eine andere Zeit gewesen. Diese Gedanken sind in ihrem historischen Kontext entstanden und wir müssen heute schauen, was hilft uns davon und was ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wobei sie uns aber helfen kann, ist, systematisch über Ordnungen nachzudenken und zwar nicht nur über die Wirtschaftsordnung, sondern über die Interdependenz von Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen, also diese gegenseitige Beeinflussung von Wirtschaft und Gesellschaft. Zur Bestimmung einer zeitgemäßen sozialen Marktwirtschaft bedarf es darum einer Vorstellung davon, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, welche Werte uns wichtig sind und wie eine Wirtschaftsordnung aussehen könnte, die Teil dieser Gesellschaft ist und sie unterstützt, statt ihr entgegenzulaufen oder sich davon entkoppelt. Die Frage, die wir uns darum stellen sollten, ist, welche Ideen und Vorstellungen als grundlegendes Fundament, quasi als Richtschnur für eine zeitgemäße Ordnungspolitik dienen könnten. Denn nur wenn klar ist, an welcher Idee von Freiheit und Gerechtigkeit sich eine soziale Marktwirtschaft orientieren soll, kann eine Wirtschaftspolitik betrieben werden, die aktiv gestaltet und den Bedürfnissen aller Bürgerinnen sowie den Umständen einer globalisierten Weltwirtschaft auch gerecht wird. Eine solche Perspektive möchte ich Ihnen nun im zweiten Teil meines Vortrags kurz vorstellen. Sie beginnt mit dem Begriff der Freiheit als regulativer Idee, also als Grundlage, eben Freiheit für alle. In dem von Frau Herrmann erwähnten Buch habe ich mich also der Frage angenommen, wie eine zeitgemäße sozialphilosophische Grundlage einer sozialen Marktwirtschaft aussehen könnte. Mein Buch trägt also den Titel Freiheit für alle, was offenkundig eine Anlehnung an Ludwig Erhards Wohlstand für alle ist und schon so ein bisschen die generelle Stoßrichtung meines Vorschlags eigentlich zusammenfasst. Zum Begriff der Freiheit wurde in den vergangenen Jahrhunderten immer und immer wieder sehr viel gesagt und geschrieben. Es gibt in der Philosophie eine Vielzahl von Diskussionen, die schwer zu überblicken ist. Und ich habe ganze Semester mit Studenten über unterschiedliche Definitionen von Freiheit diskutiert. Das möchte ich Ihnen jetzt hier ersparen. Es ist allerdings ganz entscheidend zu klären, was ich hier heute unter Freiheit verstehe, um diese Vorstellung von Freiheit für alle auch nachvollziehen zu können. Der Begriff der Freiheit ist derzeit ja nicht ganz unbelastet und auch der Begriff des Liberalismus, dessen zentraler Wert der Freiheit ja ist, ist durch die umfassende Kritik am Neoliberalismus der vergangenen Jahre politisch nicht gerade sehr populär. Das liegt auch daran, dass Freiheit, zum Beispiel im politischen Programm der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, in der Vergangenheit nicht mehr allumfassend gedacht wurde, sondern bloß partikulare Freiheiten betrachtet wurden. Es ging um wirtschaftliche Freiheit, um freien Wettbewerb, um Freiheit für Unternehmen, um Freiheit für Unternehmer und so weiter. Auch wenn diese Freiheiten nicht unbedeutend sind, natürlich sind sie das nicht, ist doch die Freiheit ein viel zu bedeutsamer Wert, als dass sie nur einigen wenigen überlassen werden sollte. Und darum mein Plädoyer eben für umfassende Freiheit für alle. Mit Immanuel Kant, jetzt wird es kurz doch ein bisschen philosophisch, mit Immanuel Kant ist der Mensch dann frei, also autonom, wenn er in der Lage ist, eigene Zwecke und Ziele seines Handelns zu bestimmen. Das ist ganz entscheidend für die Bedeutung von Freiheit. Der Mensch ist in der Lage, sich eigene Zwecke und Ziele zu bestimmen. Wird Freiheit so gedacht, dann bedeutet sie das Recht auf den Schutz vor Fremdbestimmung. Diese Form der Freiheit drückt sich zunächst vor allem ganz elementar in unseren Grundrechten aus, also der Schutz der Würde, der Schutz der Personen, der Schutz der Redefreiheit und so weiter. Das ist die individuelle Dimension von Freiheit, die von großer Bedeutung ist. Nun ist der Mensch jedoch nicht alleine auf der Welt, sondern lebt immer in Gesellschaft. Und hier kommt ein weiterer ganz entscheidender Punkt von politischer Freiheit ins Spiel. Nach meiner Definition ist der Mensch dann frei, wenn er in Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, führen kann. Und eben auch, und das ist wichtig, weil es darum geht, sich eigene Zwecke und Ziele zu bestimmen, diese Ziele verfolgen kann. Es reicht aus dieser Perspektive nicht aus, Freiheit nur individuell zu denken, sie formalrechtlich zu gewährleisten und dann alles Weitere den Menschen zu überlassen. Formelle rechtliche Freiheit nützt reichlich wenig, wenn sie dann aufgrund von gesellschaftlichen oder institutionellen Hindernissen nicht realisiert werden kann. Es geht hierbei um den Unterschied zwischen der rechtlichen Möglichkeit, frei zu sein und dem tatsächlichen Vollzug von Freiheit. Ich möchte jetzt kurz ein Beispiel erläutern. So hat beispielsweise jeder Mensch in Deutschland grundsätzlich die Freiheit, das Abitur zu machen und zu studieren. Das geht jeder, das wird auch niemandem vorenthalten. Wenn aber das Haus als Einkommen und der familiäre Hintergrund ganz maßgeblich die Schulkarriere prägen, werden hier Kinder strukturell und teilweise ohne eigenes Verschulden daran gehindert, diesen Weg zu gehen. Und das ist dann eben der Unterschied. Sie sind zwar formell frei, denn sie haben ja das Recht dazu, aber sie können diese Freiheit nur unter erschwerten Bedingungen vollziehen oder teilweise eben gar nicht. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen ist derjenige, der dieses Verständnis als substanzielle Freiheit, also gehaltvolle, substanzielle Freiheit geprägt hat und von Verwirklichungschancen spricht, die den Menschen erst wirklich frei machen. Ich plädiere darum in seinem Sinne dafür, dass eine tatsächlich soziale Marktwirtschaft deutlich machen muss, dass es ihr um den realen Vollzug von Freiheit aller Bürgerinnen gehe. Freiheit bedeutet so nicht, möglichst wenig Regeln zu haben, sondern Menschen tatsächlich zu emanzipieren. Nur wenn der Einzelne dann nicht nur theoretisch frei ist, seinen Lebensentwurf zu verfolgen, sondern jeder Bürger auch die Chancen, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten erhält, dies zu tun, er Freiheit also auch vollziehen kann, kann er oder sie wirklich frei gedacht werden. So erhält die Freiheit auch eine Gerechtigkeitsdimension als reale Freiheit für alle. Um von der Philosophie nun zurück zur Politik zu schwenken, sei mir der Hinweis erlaubt, dass auch die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die es im November letzten Jahres ganz ähnlich formuliert hatte, also auch dort ging es um eine Freiheit für alle, Cem Özdemir vor allem hat das formuliert, die emanzipatorisch und partizipativ gedacht wurde. Ein Freiheitsverständnis, das sich deutlich vom Neoliberalismus distanzierte und zuerst politisch und nicht bloß wirtschaftlich gedacht wird. Ich stimme hier voll und ganz zu und halte die dort getroffene Entscheidung und gefundene Richtung grundsätzlich für sehr sinnvoll und hilfreich. Angenommen, wir wählen also jetzt einen solch umfassenden Freiheitsbegriff als Leitidee einer emanzipatorisch gedachten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Was bedeutet das dann jetzt für die Ordnungspolitik? Nun, sie wäre in erster Linie dazu angehalten, einerseits Chancen für alle zu schaffen, um individuelle Freiheit tatsächlich zu realisieren. Und das ist hier ein relativer Begriff. Es geht nicht um die absolute Freiheit, sondern es geht um mehr Freiheit, um mehr Chancen für die alle, also um ein besseres Leben zu führen oder mehr Chancen und Freiheiten zu haben. Und andererseits Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die der Freiheit des Einzelnen im Wege stehen. Und vor allem von Letzterem gibt es tatsächlich immer noch viele. Die Einkommens- und Vermögensverteilung ist dabei natürlich immer das Paradebeispiel. Wir hatten heute Morgen eine Debatte darüber, ob in Deutschland nun die Schere weiter auseinander geht oder nicht. Professor Feld hat mit seinen Zahlen dies widerlegt. Ich beziehe mich jetzt auf einen Bericht der OECD vom Mai diesen Jahres, die zum wiederholten Male gesagt hat, dass Deutschland beim Thema Gerechtigkeit der Einkommensverteilung nur Mittelmaß ist und auch die Vermögenskonzentration hierzulande überdurchschnittlich hoch ist. Also ich finde schon, dass das auch noch immer ein Problemfall ist. Und selbst wenn es statistisch nicht so ist, ist doch zumindest in der Bevölkerung das Gefühl da, dass das ein Problem ist und dass man sich annehmen muss. Wollten wir wirklich mehr Chancen für alle schaffen, dann müssten wir hier sicherlich ansetzen. Es sollte Ziel einer Politik der Freiheit sein, die Startchancen ins Leben, die ja ganz maßgeblich die Möglichkeit, einen individuellen Lebensentwurf zu verfolgen, mitprägen, anzugleichen. Oder ein anderes Beispiel, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, ist die Bildungspolitik. Auch das Problem der Armut ist ein Thema. Also laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung liegt die Armutsquote der Kinder unter drei Jahren in Deutschland bei über 18 Prozent. Das bedeutet, dass fast jedes fünfte Kleinkind in Deutschland in Armut aufwächst. Das ist nicht nur empörend für ein Land wie Deutschland, sondern auch ein ganz maßgeblicher Ansatzpunkt, um reale Chancen auf Freiheit zu erhöhen. Denn dass diese Kinder im Leben die gleichen Chancen haben werden wie Kinder aus wohlhabenderen Familien, ist absolut unwahrscheinlich. Das zeigen Studien ja immer wieder. Dass unser Bildungssystem eben nicht ganz gerecht ist und Kinder je nach Herkunft und Elternhaus unterschiedlich gute Chancen im Leben haben werden. Sie also von Geburt an und ohne eigenes Verschulden über mehr oder weniger Freiheit als andere verfügen. In diesen Fragen herrscht also nicht gleiche Freiheit für alle und es gibt strukturelle und systematische Hindernisse, Freiheit zu verwirklichen. Dies sind nur einige Beispiele von vielen, wie der reale, substanzielle Verzug von Freiheit als Leitplanke für ordnungspolitische Gestaltung dienen könnte. Er umfasst natürlich Steuerpolitik. Hier ging es vor allem um Umverteilung. Ich würde hier vorschlagen, vor allem bei den Arbeitslosen Einkommen anzusetzen, also Kapitalertragssteuer, Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer wurde ja sowieso schon von Karlsruhe kassiert. Also da ist Handlungsbedarf. Dann eben die Bildungspolitik, hatte ich schon erwähnt, Bildung und Herkunft entkoppeln. Es gibt aber auch noch ganz andere Bereiche, wie beispielsweise die Lebensmittelkennzeichnung. Also hier mündige Konsumentenentscheidungen zu ermöglichen, den Leuten die Freiheit zu geben, zu wählen. Wo kommt mein Fleisch eigentlich her? Ja, ich kann das heute nicht entscheiden, welches Fleisch ich eigentlich woher kaufen möchte, weil die Lebensmittelkennzeichnung da fehlt. Es ging um ein Thema wie Überwachung und Datenspeicherung durch Unternehmen, die eben auch die Freiheit der Individuen beschneiden und so weiter. Also alle diese Bereiche ließen sich darunter zusammenfassen und betreffen eben die Freiheit und werden von einer Richtungsentscheidung für Freiheit für alle betroffen. Weiter ließen sich auch radikalere wirtschafts- und sozialpolitische Instrumente denken, die die Freiheit der Individuen fördern und mehr Chancen für alle schaffen könnten. Dazu gehören Instrumente wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, das dann tatsächlich Freiheit zu anderen Lebensentwürfen und Freiheit von Marktzwängen schaffen könnte. Es gibt Gedanken über Arbeitszeitkonten, um das Thema Familie und Beruf neu zu denken und so weiter. Also die Literatur und auch die politischen Debatten sind eigentlich voll von Themen, die sozial, wirtschaftspolitisch und eben auch bildungspolitisch und so weiter hier anknüpfen. Und die Idee der realen Freiheit für alle wäre nun ein Vorschlag, sie alle zusammenzudenken und quasi unter so einer Richtschnur zusammenzurren. Ich bin der Meinung, dass die Idee der sozialen Marktwirtschaft sicherlich anschlussfähig an diese anspruchsvolle Freiheits- und Korrektigkeitskonzeption ist, die ich Ihnen hier skizziert habe. Es ist vor allem das Subsidiaritätsprinzip, das in der sozialen Marktwirtschaft seit jeher stark ausgeprägt war. Also die Idee, dass die Entscheidung über den Eigenlebensentwurf bei den Individuen liegen und auch ihnen überlassen bleiben. Das geht jedoch nur, wenn jeder einzelne Bürger und jede Bürgerin auch zu solcher Autonomie ermächtigt wird. Dies wäre dann der eigentlich soziale Aspekt einer sozialen Marktwirtschaft und würde die beiden Pole Freiheit und Gerechtigkeit eben verbinden. Freiheit bedeutet dann eben nicht nur, dass jeder in einem gesetzlichen Rahmen tun und lassen kann, was er möchte, sondern dass auch sichergestellt wird, dass jede Bürgerin ihre Freiheit auch tatsächlich wahrnehmen kann und ein vernünftiger gesellschaftlicher Pluralismus verwirklicht werden kann. Wie diese Freiheit dann im Einzelnen konkret aussehen kann, wie wir dahin kommen, was auch die Menschen mit dieser Freiheit tun, das lässt sich schwerlich von der Universität aus vorschreiben und muss natürlich im politisch-gesellschaftlichen Diskurs gemeinsam geklärt werden. Ich möchte es nun zunächst bei diesen Anmerkungen und Anregungen belassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf das Kurreferat und die anschließende Diskussion. Dankeschön. Ja, wir hatten uns gedacht, dass es vielleicht etwas lebhafter ist, wenn Herr Schnellenbach jetzt nicht auch noch ein Referat hält, sondern wenn ich ihn typisch Journalistin ein bisschen interviewe, durchaus auch ein bisschen konfrontativ, er ist darauf vorbereitet und dann nochmal das vertiefen, was jetzt schon Herr Leuch angerissen hat und dann hat Herr Leuch natürlich auch nochmal die Möglichkeit, auf die Bemerkungen von Herrn Schnellenbach zu reagieren und dann sind aber auch Sie dran, denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch noch viele Bemerkungen und Fragen haben. Ja, also Herr Schnellenbach, wenn man jetzt nochmal an diesen Vortrag denkt, dann hat ja Herr Leuch angefangen, damit die soziale Marktwirtschaft zu definieren. Ganz klar, klare Aussage, es ging nicht nur um Wirtschaftspolitik, es ging auch nicht nur um Ordnungspolitik, sondern es ging immer auch um die soziale Gerechtigkeit. Würden Sie diesen Begriff von sozialer Marktwirtschaft teilen? Ich kann Ihnen nur... Ich glaube, Sie müssen das so weiter hoch... Nee, nee, und vor allem hochhalten, immer so waagerecht, sonst funktioniert das nicht. Ich kann diesen Begriff nur teilweise teilen, nämlich in der Hinsicht, dass Herr Leuch davon spricht, dass die soziale Marktwirtschaft eine in der Gesellschaft eingebettete Marktwirtschaft ist. Dass es also darum geht, dass die Rahmenordnung, die wir in der Marktwirtschaft haben, dass die in Einklang sein muss mit grundsätzlichen Wertvorstellungen, die es in der Gesellschaft gibt. Wo ich ein Problem damit habe, das ist diese Bezugnahme auf, gerade diesen Müller-Armachschen Begriff der sozialen Marktwirtschaft, diese Vorstellung, dass die soziale Marktwirtschaft eben geprägt sein soll durch konkrete Wertvorstellungen, die damals aus der katholischen Soziallehre kamen, die sehr viel mit einer starken Neigung zur Umverteilung auch zu tun haben. Das sind eigentlich Dinge, über die man sich erstmal überhaupt klar werden müsste, ob man das überhaupt haben will, ob das den gesellschaftlichen Werten überhaupt grundsätzlich entspricht, dass man so eine sehr stark umverteilende Rahmenordnung hat. Ich würde da kurz eine Frage dazwischen stellen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, 55 Prozent der Wähler dafür wären, eine starke Besteuerung der hohen Einkommen einzuführen, dann wäre das im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Das Problem ist ja, dass wir es nicht unbedingt mit einfachen Mehrheitsentscheidungen zu tun haben sollten auf dieser konstitutionellen Ebene. Sehen Sie, das ist das Merkmal dieser Freiburger Schule der sozialen Marktwirtschaft, dass man sich überlegt, was sind verallgemeinerbare konstitutionelle Interessen? Worüber könnten wir uns sozusagen auf der Verfassungsebene als allgemeine Regeln einigen? Da bleibt aber nicht viel übrig, oder? Ja, doch, da bleibt schon einiges übrig und vor allen Dingen bleibt dabei dann natürlich auch das Prinzip übrig, dass man zum Beispiel eine Ausbeutung von Minderheiten durch Mehrheiten, dass man dem auch einen Riegel vorschieben sollte. Und das heißt, es darf nicht so sein, dass man mit einer kleinen Mehrheit von 51 Prozent die übrigbleibenden 49 Prozent beliebig hoch besteuern kann. Also man muss sich da schon allgemeinere Gerechtigkeitskriterien überlegen und das geht über den alltäglichen politischen Prozess da natürlich ein bisschen hinaus. Herr Leuch will jetzt schon was sagen, aber ich würde gerne erstmal dieses, das wird hier bestimmt noch stürmisch auf dem Podium, aber ich würde jetzt gerne erstmal so noch ein bisschen Herrn Schnellenbach die Möglichkeit geben, so seine Gedanken auszuführen. Noch eine Nachfrage. Also Herr Leuch hat ja gesagt, das hat er ja auch biografisch sehr schön beschrieben, die Finanzkrise hat wirklich dazu geführt, dass er neu nachgedacht hat. War die Finanzkrise für Sie auch so ein Einschnitt im Theoriegebäude? Natürlich ist die Finanzkrise ein Einschnitt gewesen und zwar in der Hinsicht, dass man da ein konkretes Ereignis hat, das an konkrete Voraussetzungen gebunden war und dann kann man sich Gedanken machen, wie man die Regularien für die Finanzmärkte effizienter, sinnvoller gestaltet, sodass in der Zukunft solche Krisen verhindert werden. Und da hat man dann, da ist man dann ganz tief in den Niederungen der Bankenregulierungstheorie und der Finanzmarkttheorie. Aber so ein Ereignis, denke ich, muss nicht unbedingt und hat bei mir auch nicht ein grundsätzliches Nachdenken über die Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung an und für sich ausgelöst. Denn wir haben es hier letztendlich nicht mit fundamentalen Problemen der Marktwirtschaft zu tun, sondern mit technischen Regulierungsproblemen, die in dem Fall schwerwiegend waren, aber die man in den Griff kriegen kann. Und man sollte sich dafür wüten, glaube ich, dann so ein konkretes historisches Ereignis zu nehmen, als Anlass, dann einen ganzen Korb mit Forderungen zu füllen, mit allem, was man sowieso immer schon für wünschenswert gehalten hat. Und dann zu sagen, ja, jetzt haben wir dieses Ereignis der Finanzkrise und nehmen das dann mal als Anlass zu sagen, wir wollen jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen und all das andere, weil das jetzt gerade so eine schöne Gelegenheit ist, das mal auf die Agenda zu setzen. Okay, also jetzt, also ein, wir können ja hier nicht alles nochmal diskutieren, deswegen gehe ich mal zum nächsten Punkt. Also ein Punkt war ja bei Herrn Leuch sozusagen, was ist eigentlich der Begriff der sozialen Marktwirtschaft? Nächster Punkt war, was ist eigentlich Freiheit? Er hat das ja programmatisch genannt, Freiheit für alle als Forderung. Und er hat eben gesagt, Freiheit ist ja nicht nur, was im Grundgesetz so drin steht, sondern das muss ja auch gelebte Möglichkeit sein. Also es bringt ja nichts, wenn es Chancengleichheit gibt, aber die armen Kinder gar keine Möglichkeit haben, aufs Gymnasium zu gehen. Das heißt, man muss es materiell füllen. Er hat dann das auch, Herr Marsha Sen gezitiert, der das substanzielle Freiheit nennt. Was sagen Sie denn zu dieser Idee, dass das Grundgesetz alleine nicht reicht? Also ich glaube, es besteht, glaube ich, Konsens, dass man sich auf Dinge einigen muss, wie ein durchlässiges Bildungssystem. Das sind Dinge, die einfach aus grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Gründen nötig sind. Ein Problem habe ich da wieder, wenn man das mit einem Freiheitsbegriff begründet. Da kommt jetzt eben dieses Gegeneinander-Ausspielen von positiver und negativer Freiheit ins Spiel. Er bezieht sich auf Amartya Sen. Der hat das letztendlich wieder von Isaiah Berlin, dem Oxforder-Philosophen, der zum ersten Mal diese Unterscheidung von positiver und negativer Freiheit formal eingeführt hat. Aber was man unterschlagen wird, ist, dass Berlin dann später auch in dem gleichen Essay, im Tool Concepts of Liberty, geschrieben hat, aus dem Kopf zitiert, everything is what it is, liberty is liberty, not equality, not fairness, not justice, und so weiter. Das heißt, Berlin schon, der diese Begriffe entwickelt hat, der hat schon ganz klar gemacht, man sollte eigentlich um der analytischen Klarheit willen sagen, Freiheit ist negative Freiheit, Fairness, Gleichheit, all das, was man noch als wünschenswert finden könnte, das ist letztendlich nicht Freiheit, sondern Freiheit ist Abwesenheit von Zwang. Und das ist, damit wir die Begriffe nicht verwässern, sollten wir dabei bleiben, letztendlich. jetzt hat ja, ich nehme mal an, dass Sie dann da auch ganz anderer Meinung sind, hat ja Herr Leuch abgeleitet vom substanziellen Freiheitsbegriff schon mal einige Vorschläge gemacht, wie Steuerpolitik oder auch eine gerechtere oder eben eine bessere Versorgung der Armen in Form eines Grundeinkommens oder solche Dinge. Sie sind ja nun auch für eine Durchlässigkeit des Bildungssystems, das würde ja, nehme ich an, auch in Ihrem System bedeuten, dass man auch materiell dafür sorgt, dass arme Kinder eine Chance haben, nicht nur so faktisch nach dem Motto, ja, jeder kann ja theoretisch aufs Gymnasium gehen. Welche dieser Vorschläge halten Sie denn dann für richtig? Naja, ich will jetzt keine abschließende Liste aufstellen von den Vorschlägen, die ich für richtig halte. Ja, wie gesagt, wenn es um eine Durchlässigkeit des Bildungssystems geht, dann muss man eben schauen, vielleicht auch bildungsökonomisch schauen, was dann eine sinnvolle Gestaltung des Bildungswesens ist. Wie mache ich das durchlässiger? Und dann muss man wieder in die empirische Literatur schauen. Und dann gibt es da den James Heckman, Nobelpreisträger aus Chicago, der sich sehr viel empirische Gedanken darüber gemacht hat, wie man Bildungssysteme durchlässiger machen kann. Und hat ganz klar gesagt, das, worauf es ankommt, ist frühkindliche Förderung. Man muss die Kinder mit drei oder vier Jahren schon entsprechend fördern, damit sie letztendlich ihren Weg durch das Bildungssystem schaffen. Und dann hat man eben eine konkrete, empirisch fundierte Politikempfehlung. Und so sollte man vorgehen, dass man schaut, was sagt die Evidenz, was können wir machen, um unsere Ziele zu erreichen. Und dann sucht man sich den effizientesten möglichen Weg, um das tatsächlich zu tun. Und das sollte man eben, wie gesagt, von Fall zu Fall tun. Ich würde da nicht grundsätzlich fundamental dran gehen, dass es immer in die eine oder andere Richtung in irgendeiner Form ideologisch gesteuert gehen müsste, sondern die Evidenz gibt den Ausschlag am Ende. Okay, um die Diskussion auch mit dem Publikum noch ein bisschen zu befeuern. Sie sind ja hier in einer politischen Stiftung. Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, neben dieser frühkindlichen Förderung noch zwei andere Vorschläge zu machen, die die grüne Partei aus ihrer Sicht dringend aufnehmen sollte. Ui. Okay, ich denke, okay, der erste Vorschlag ist, dass die grüne Partei sich, glaube ich, bei aller Betonung der Notwendigkeit einer ökologischen Politik natürlich auch häufig über die Kosten der ökologischen Politik stärkere Gedanken machen muss. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man eben nicht immer nur sich überlegt, was partikular wünschenswert wäre, sondern auch immer im Blick hat, was sind die Kosten der Dinge, die ich da vorhabe. Und das, glaube ich, ist gerade bei der ökologischen Politik gerät, dass man nicht mehr aus dem Blick fällt. Und ich würde mir natürlich auch tatsächlich, ich kann von diesem Beispiel des Veggie Days nicht lassen, natürlich würde ich mir eine stärker freiheitsorientierte Politik da auch wünschen, die die Freiheitsräume der Individuen ein bisschen stärker respektiert und eben nicht versucht, bestimmte Lebensstile als allgemeinverbindlich zu definieren und dann darauf hinzuarbeiten, dass eben bestimmte Lebensstile vorbildhaft für die Gesamtbevölkerung sind. Ich glaube, da können wir in der freien Gesellschaft eine sehr größere Vielfalt von Lebensstilen ertragen, als das vielleicht manche grüne Milieus, ehrlich gesagt, Ich sehe, Sie hängen am Fleisch. Nein, nein. Herr Leuch. So, das waren ja jetzt eigentlich massive Kritikpunkte. Was ich daran wirklich interessant finde, ist, dass man sieht, dass auch innerhalb der sozialen Marktwirtschaft in dieser Theorie sehr unterschiedliche Ausprägungen existieren können. Jetzt haben Sie kurze Möglichkeiten, nochmal zu antworten. Ich will auch Herrn Schnellenbacher natürlich dann wieder die Gelegenheit geben, zu reagieren. Aber dann bedenken Sie sich schon mal Fragen aus, sind Sie erst mal dran. Ja, Herr Leuch. Ja, vielen Dank. Zunächst zum Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Damit hatten Sie begonnen. Ihr Hinweis, der entspringt der katholischen Soziallehre, ist vollkommen richtig. Und genau darum habe ich mich eben auch davon abgewandt und gesagt, es ist ein Impuls und der muss jetzt aber zeitgemäß und neu gefüllt werden. Und mein Vorschlag eben, diese Sprachen selber von verallgemeinerbaren Werten, die wir da finden müssen, ist eben dieser Wert der Freiheit für alle, der verallgemeinerbaren, substanziellen Freiheit. Ich habe mich sehr intensiv mit diesen sozialphilosophischen Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft auseinandergesetzt und da ist vieles, was heute wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Die katholische Soziallehre ist da noch relativ nah an heutigen Dingen dran. Da gibt es Dinge, die sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen, also ich bin da ganz bei Ihnen und sage vollkommen richtig, wir müssen dafür eine Grundlage finden, die verallgemeinerbar ist. Und das war eben mein Vorschlag heute, was sowas sein könnte. Bin da gerne offen, auch andere Vorschläge zu diskutieren. Zum Freiheitsbegriff, auch da haben Sie recht, das geht auf Isaiah Berlin zurück, aber den habe ich genau aus dem Grund eben nicht weiter für meine Grundlage genommen, sondern Marcia Sens Interpretation des Freiheitsbegriffs eben genau, weil er das anders denkt als Berlin oder eben weiterdenkt als Berlin. Ansonsten würde ich es jetzt, glaube ich, erst mal dabei belassen. Ja, okay. Also ich glaube, die Differenzen sind jetzt ganz klar geworden. Ja, gibt es Fragen? Wir sammeln übrigens, falls Sie mitschreiben wollen oder so. Okay, also ich nehme Sie dran. Ich weiß ja nicht, wie Sie heißen. Zweite Reihe. Ach so, es gibt ja sehr wichtig auch ein Mikrofon, dann müssen Sie mal reinsprechen, damit Sie alle auch schön verstehen. Ja, Ben Busig, ich bin Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und ich hätte eine Frage an den Herrn Schnellenbach. Sie haben gerade eben gesagt, dass die Grünen insbesondere auf die Kosten auch ökologischer Maßnahmen achten sollten und da stelle ich mir persönlich die Frage, ob wir nicht genau das tun. Weil wenn ich mir die Kosten für die kommenden Generationen anschaue, wenn wir nicht jetzt handeln, dann sind die deutlich höher als das, was wir jetzt investieren müssen. Ja, vielen Dank. Also wir sammeln noch ein bisschen weiter. Hier gab es ja noch, genau hier in der dritten Reihe. Ja, ich würde gerne von Herrn Leuch noch mal wissen zu seinem Freiheitsverständnis, wo denn da genau die Trennlinie liegt zwischen Gleichheit und Freiheit und eine zweite Frage daran anschließend. Sie haben ja auf, ich sag mal, nationale Umverteilungssysteme rekurriert, um Freiheit zu maximieren. Aber wie rechtfertigen Sie das eigentlich, wenn wir die Armut in ganz anderen Ländern sehen? Müssten wir nicht zur Maximierung der Freiheit unseren hohen Lebensstandard aufgeben, um zum Beispiel der nigerianischen oder indischen Bevölkerung mehr Freiheit zu geben, indem wir ihnen unseren Wohlstand übertragen. Ja, okay. Das waren ja jetzt schon zwei sehr substanzielle Fragen. Jetzt würde ich, glaube ich, erst mal die hier wieder weiterreichen. Herr Schnellenbach, Kosten für künftige Generationen? Naja, ich glaube, die Kosten für künftige Generationen sind sicherlich da, wenn man keine ökologische Politik macht. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Kosten für zukünftige Generationen da, wenn wir auf Wirtschaftswachstum verzichten. Es sind Kosten für zukünftige Generationen da, wenn wir die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts verlangsamen. Stellen Sie sich vor, sagen wir, in den 1970er Jahren hätte sich schon jemand mit den politischen Präferenzen dafür durchgesetzt, dass man eben wesentlich weniger Ressourcen nutzt, wesentlich den technischen Fortschritt verlangsamt im Bereich Konsumgüter und so weiter. Ja, dann hätten Sie jetzt ein Leben ohne Mobiltelefone, ohne Flachbildschirme, ohne vernünftige Autos. Sie werden damit... Sie beschreiben das Grauen, ja. Sie werden... Nein. Sie werden damit... Ja, aber es ist etwas, was für die vier weite Teilen der Bevölkerung durchaus Spaß macht. Nee, 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 nee. Ja, das würde ich als... Das würde ich als Liberaler nie sagen. Doch, doch. Das sind Kosten in dem Sinne, dass Sie verzichten auf Dinge, von denen Sie heute noch nicht wissen, dass Sie Ihnen morgen Spaß machen können. Richtig. Es sind... Sehen Sie, das Problem ist, das Problem ist, dass wir in einer... Das Problem ist, dass freiheitliche Gesellschaften offen sind. Die Entwicklungen in der Zukunft gehen in Richtungen, die Sie heute noch nicht vorhersehen können. Und wenn Sie heute die Entwicklung in ganz enge Leitplanken pressen, dann entstehen Opportunitätskosten in dem Sinne, dass Sie einfach auf viele Dinge verzichten, von denen Sie heute noch gar nicht wissen, dass Sie Ihnen morgen Spaß machen könnten. Und... Ja, das ist vielleicht ein bisschen komplex, aber es ist so. Okay. Also das... Mir fällt dazu nur ein freie Pfad für freie Bürger, nicht? Nein, überhaupt nicht. Entschuldigung, das fiel mir spontan. Wie gesagt, ich habe versucht, das in dem Beispiel mit den Flachbildschirmen anschaulich zu machen. Das Problem ist eben, wir können heute noch nicht wissen, wohin der Fortschritt in der Zukunft geht. Und wenn wir heute sagen, wir wollen eigentlich keinen weiteren Fortschritt mehr, wir sind zufrieden mit dem, was wir heute haben, ja, worauf verzichten wir dann? Nein, nein, Sie kommen alle noch dran, aber jetzt kommt erst mal Herr Lorch dran, denn an denen gab es ja auch die Frage, wieso er dann eigentlich mit seinem Freiheitsbegriff sozusagen sich nur auf Deutschland bezieht und nicht weltweit das ganze Gedankengut ausweidet. Dazu vielleicht was ergänzen kann, ich glaube, es ist ein Unterschied dazwischen zu sagen, wir wollen keinen Fortschritt und wir wollen aber irgendwie einen Fortschritt, der nachhaltig ist, der irgendwie unseren Planeten nicht zerstört und so weiter. Ich glaube, das ist doch die entscheidende Frage, die wir hier stellen. Und zu Ihren Fragen, die beide ja doch wirklich sehr substanziell waren. Gleichheit und Freiheit, das ist natürlich jetzt ein umfassender philosophischer Diskurs, den ich hier nicht im Einzelnen ausbreiten möchte. Was mir wichtig ist, ist, dass dieser Freiheitsbegriff, den ich entwickelt hatte, habe natürlich Gleichheitsaspekte beinhaltet, sonst würde ich nicht von Freiheit für alle sprechen können. Worum es mir aber geht, ist nicht irgendwie eine Gleichmacherei oder eine Gleichheit irgendwie herzustellen, die irgendwie einschränkt, sondern eine Gleichheit in Chancen herzustellen, also in Startchancen, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist der entscheidende Aspekt, der mein Freiheitsbegriff ausmacht. Da sind da selbstverständlich Gleichheitsaspekte drin und es sind auch Gerechtigkeitsaspekte drin. Sie sagen natürlich, das verwischt den Freiheitsbegriff ein bisschen, aber ich finde, dass wir mit so einem umfassenden Konzept dann besser arbeiten können als so eine strikte Konzentration auf negative Freiheit. Also es ist ein erweiterter Freiheitsbegriff, das ist ganz klar. Zum Thema internationale Freiheit. Da habe ich mir auch ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Meine Dissertationsschrift selber und auch das Thema hier ist ja dann doch irgendwie immer, es ging jetzt hier um Ordnungspolitik, das heißt, man arbeitet an nationalen Themen, vielleicht an europäischen Themen. Konsequent zu Ende gedacht, hätten Sie vollkommen recht, dann müsste es das eigentlich bedeuten. Um es jetzt irgendwie politisch handhabbar zu haben, habe ich das Ganze in meiner Dissertationsschrift versucht, wenigstens auf einen europäischen Rahmen zu heben. Dadurch, dass die EU sich sowieso schon für eine soziale Marktwirtschaft als ihre Wirtschaftsordnung ausspricht, ließ sich das noch tun. Auf globaler Ebene ist man da natürlich herausgefordert. Ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ich da selber keine konkreten Ideen zu habe, wie das dann tatsächlich weitergedacht werden müsste. Ja, okay, dann sammeln wir wieder Fragen. Herr Feld hat eine Frage. Ach so, Herr Merkel, Entschuldigung, ich habe mich dann so auf die Beine konzentriert. Ja, ja, wahrscheinlich nicht zufällig. Also, Herr Merkel. Vielen Dank, Herr Professor. Aber natürlich werden Sie als Referent immer vorgezogen. Das ist ja auch richtig so. Ich wollte, also erst einen Satz dazu sagen, das mit den Flachbildschirmen und den Handys ist natürlich Quatsch. Aber, wenn wir in den 70er Jahren angefangen hätten, weniger Ressourcen zu verarbeiten, dann hätten wir eine wesentlich langsamere Wirtschaftsentwicklung gehabt bei einer gleichzeitigen Bevölkerungsentwicklung in der dritten Welt und wir hätten dort einen erheblich höheren Armutsbereich überall außerhalb der Kernstaaten des Industrialismus und wir hätten vor allen Dingen erheblich höhere Umweltschäden, weil ein großer Teil dessen, was an Innovationen passiert ist, hat dazu geführt, dass genau diese Mehrprodukte, die wir brauchen, mit weniger steigenden Schäden gekommen sind, als sie gekommen wären, wenn wir diese Entwicklung nicht getrieben hätten. Ihr dürft nie vergessen, jede Verbesserung ist immer auch ein Wachstum, weil man immer dafür eine neue Produktionsschiene bauen muss und die ist immer wachstumsgetrieben. Aber, Entschuldigung, das war der Satz, jetzt noch eine Frage. Die Frage zur Freiheit und die ist mir bei dieser Diskussion dann doch sehr aufgefallen ist, Freiheit ist meines Erachtens ganz im Gegenteil zu dem, was Sie formulieren, vielleicht denken Sie es mit, ist Freiheit zuallererst mal das Recht, eine Wahl treffen zu dürfen und Verantwortung in diesem Wahlentscheid zu haben. Freiheit ist nicht, wie wir Spontis früher mal gerne gesagt haben, wir wollen alles und das sofort, sondern Freiheit ist unter verschiedenen Obduktionen wählen zu können und das ist auch immer Ungleichheit. Okay, vielen Dank. Das werte ich jetzt mal mehr als ein Kommentar als eine Frage. Jetzt Herr Feld. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wusste, dass Herr Merkel den nächsten Punkt macht, dann muss ich den nicht machen. Wachstum ist Qualitätsverbesserung und das sollte man dabei nicht vernachlässigen. Das Zweite, was ich sagen wollte, weil sie eben behauptet, Ordnungspolitik ist national, nee, ist sie nicht, denn die Frage, wie man international Wirtschaftspolitik betreibt, bezieht sich zunächst mal auf die Offenheit von Märkten auch im internationalen Umfeld. Das ist eigentlich bei den Ordoliberalen immer mitgedacht und die Frage, wie man das dann etabliert in Form von Freihandelsabkommen oder wie auch immer, ist ein ganz zentrales Element und führt dann letztlich auch zu einer Teilhabe derjenigen in der Welt, die ohne das ausgeschlossen sind. Sonst würden wir ja mit der Subventionspolitik, die wir in der europäischen Landwirtschaft machen, nicht so viel Unsinn betreiben. Wenn wir die abbauen würden, wäre die Beteiligung und die Teilhabe anderer in anderen Regionen dieser eher der viel, viel größer. die zweite Bemerkung, das ist dann so eine Frage, wo ich nicht so richtig weiß, wir haben uns ja schon mal getroffen und da haben wir ähnliche Dinge diskutiert und irgendwie so richtig weitergekommen sind sie nicht. Denn ich habe das heute Morgen noch mal ziemlich klar gesagt, auch wenn Sie die OECD-Zahlen anschauen, Sie können versuchen, Rankings zu bilden, wo befindet sich Deutschland im Verteilungsgefüge, sowohl bei der Einkommens- als auch der Vermögensverteilung und Sie können jedes Mal feststellen, dass die Probleme, die Sie als problematisch empfinden und dann hinterher mit umfassenden steuerlichen und steuerpolitischen Regelungen korrigieren wollen, die existieren so in Deutschland nicht. Wir haben eine zunehmende Einkommensungleichheit in anderen Ländern, in denen die Beschäftigung gesunken ist und die Arbeitslosigkeit hochgegangen ist und Sie haben ein großes Problem in den USA und das schon seit ewigen Zeiten. Aber in Deutschland ist die Einkommensungleichheit seit 2005 nicht weiter angestiegen. Sie haben uns auch, wenn Sie nach Steuern schauen, in die Spitzengruppe verbessert. der Länder in der OECD, also zusammen mit den nordischen Staaten, den Niederlanden und Österreich, Belgien auch noch. Wir verteilen sehr, sehr viel Einkommen um. Wir sind also das Land, das die Maßnahmen sehr zielgenau einsetzt und sozusagen an dritter Stelle dessen ist, was an Einkommensumverteilung erreicht werden kann nach Belgien und Österreich zwischen der Markteinkommensverteilung und dem, was wir nachher nach Steuern und Transfers als Haushaltsnettoeinkommen bezeichnen. Deswegen sehe ich nicht so richtig ein, warum ich mit steuerpolitischen Maßnahmen ein Problem lösen soll, das nicht existiert. Ja, vielen Dank. Wir haben immer wieder das maßgebende, große, bedeutende Unternehmen, sagen, Freiheit, Freiheit und Marktwirtschaft. Sie sagen, bitte macht es so, wie die Leute da auf dem Wochenmarkt. Sie selbst lassen sich aber die Aufträge verschaffen von der Regierung. Da muss sogar der Bundeskanzler mitreißen oder die Bundeskanzlerin, dass man also Millionenaufträge schreiben kann. Das finde ich ist wirklich sehr, sehr unehrlich. Sehr unehrlich und da kann man leider auch nichts dagegen machen, ist, dass man immer von Freiheit spricht, die reguliert sich selbst. Wir haben die Banken gehabt jahrzehntelang. Sie fordern von den kleinen Existenzkunden und Mittelständlern 20 bis 30 Prozent Eigenkapital. Sie waren die Chefberater direkt neben dem Bundeskanzler und was haben sie gemacht bei sich selbst? 6, 7, 8 Prozent, weil sie wissen, am Ende können wir die großen Freiheitskämpfer unsere Lasten abladen beim Staat. Und das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, Freiheit allein steuert sich nicht. Die Leute denken an ihr Geld, denken an Gewinnmaximierung, diesen Hominus economicus kriegt man nicht raus. Okay, jetzt machen wir es mal so, da ja doch die meisten Fragen auch kritische Anmerkungen an Herrn Leuch ging, dass er erst mal dran ist. Ja, also zu Ihrem Hinweis, Freiheit ist zunächst eine Wahl treffen zu können, da bin ich ja total bei Ihnen. Also wenn ich für Freiheit für alle plädiere und das als Verwirklichungsbegriff definiere, dann geht es darum, dass Leute in die Situation versetzt werden, eine Wahl treffen zu können. Und dafür brauchen sie Bildung und dafür brauchen sie Kapital. Deswegen setze ich bei Steuerpolitik an und deswegen setze ich auch bei Bildungspolitikern. Also da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist jetzt für mich zunächst mal unstrittig. Dann, dass Ordnungspolitik immer auch übernational ist und so weiter, da haben Sie mich vielleicht falsch verstanden, auch das, da stimme ich natürlich zu. Gleichwohl haben wir ja heute fast ausschließlich über nationale Themen nur diskutiert. Es ging jetzt plötzlich immer nur um die deutsche Energieabgabe und so weiter, es ging fast nur um nationale Themen. Die haben natürlich Auswirkungen, die haben auch und so weiter, aber darauf war mein Punkt bezogen. Ihr Vorwurf, ich sei seit unserem letzten Zusammentreffen bei meinem Thema der Einkommens- und Vermögensverteilung nicht weitergekommen, da haben Sie vollkommen recht, ich schippe Harre auf den Punkt, auch Sie haben genau das gleiche damals gesagt und ich hatte Ihnen, auch Sie hatten die Zahlen von 2005 damals schon parat und auch damals habe ich Ihnen gesagt, selbst wenn das alles so stimmt, was Sie sagen, dann kommt das aber bei den Leuten nicht an. Das ist ein politisches Problem vielleicht und kein ökonomisches, aber wenn die Leute draußen nicht verstehen, dass es Ihnen so gut geht, dann müssen wir entweder anders kommunizieren oder etwas anderes tun. Also ich bin der Meinung, dass es nicht reicht zu sagen, schauen Sie hier in die Statistik, uns geht es besser denn je. Wenn die Leute so verunsichert sind wie heute, dass sie so im Quatsch wie Pegida hinterherlaufen, dann ist nicht alles in Ordnung, dann geht es uns nicht besser denn je, dann müssen wir gucken, entweder ist das eine Kommunikationsfrage, wie können wir den Leuten ein besseres Gefühl geben oder wir müssen ihnen tatsächlich irgendwie helfen, qua Umverteilung oder welchen anderen Möglichkeiten auch immer. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht alles okay ist, wenn wir einfach nur sagen, die Wirtschaftszahlen sind gut, das reicht nicht aus. Da hätte ich auch nochmal eine Frage, Sie beiden scheinen sich ja sehr stark mit Zahlen zu beschäftigen, ist es denn überhaupt so, dass man sagen kann, dass die Statistiken in Deutschland für Einkommen und vor allen Dingen für Vermögen überhaupt etwas taugen? Also ich sage nur eins, die obersten 1% werden gar nicht erfasst von den zentralen Statistiken, diese obersten 1% haben aber wahrscheinlich 33% des Volksvermögens und das entsprechende Einkommen. Dann die zentralen Statistiken, die es gibt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, sind Haushaltsbefragungen, das sind freiwillige Selbstauskünfte. Ja jetzt, oh Herr Lars, Herr Feld will sich gleich schon wieder melden. Also auch da ist ja die Frage, wie viel das abbildet. Ja wollte ich jetzt nur mal so reinwerfen. Sie kommen, ja ja, ich habe eine, ja genau, also Herr Feld will das nochmal erklären, wieso die Statistiken in Deutschland wunderbar sind. Sie haben recht, Sie haben recht, dass die Vermögensstatistik verzerrt ist. Die obersten 9% sind nicht gesampelt und Sie haben keine Möglichkeit, das mit steuerlichen Zahlen zu überprüfen. Weil wir die Vermögenssteuerzahlen nicht haben und auch die früheren unzuverlässig sind, weil wir ja die Vermögensbestände nicht mit echten Verkehrswerten, mit echten Marktwerten bewertet haben in der alten Vermögenssteuer, auch nicht in der Erbschaftssteuer und so weiter. Also die Vermögensstatistiken sind verzerrt. In die einen Richtung, dass die obersten 1% nicht gesampelt werden und zweitens, dass wir verschiedene Vermögensansprüche gar nicht berücksichtigen. Ich habe heute auf die Rentenansprüche hingewiesen, das ist ein gewaltiges Problem. Zweitens, die Einkommensstatistiken, die stimmen, das ist nicht die Einkommensverbrauchsstichprobe, sondern wir schauen uns einerseits auf Basis von Haushaltsbefragungen das an, weil das ein umfassenderes Sample ist im SERP von dem DEW produziert und auf der anderen Seite wird das mit Einkommenssteuerdaten abgeglichen. Das heißt, Sie können die gleiche Verteilung finden, wenn Sie die Einkommenssteuerdaten anschauen, die mittlerweile zur Verfügung stehen, sodass wir da zwar nicht so eine lange Reihe haben wie im SERP, das ja bis zurück datiert in Westdeutschland ins Jahr 1983, aber doch wenigstens die letzten zehn Jahre mit Einkommenssteuerdaten anschauen. Und nachdem man das begonnen hat, hat das SERP auch begonnen, ein Oversampling im oberen Einkommensbereich zu machen. Also gut. Also insofern, naja, Sie haben die Zahlen, die bei der Einkommenssteuer anfallen. Also Sie können jetzt sagen, die Leute zahlen hier Steuern wie in Griechenland, dann haben wir ein Problem. Aber ich habe eher den Eindruck, dass das nicht so ist. Ja gut, also Sie sehen es jedenfalls, es gibt enorme Datenlücken, die noch größer geworden sind, seitdem wir die Kapitalertragssteuer nicht mehr personenbezogen, sondern anonymisiert erheben. Also es wird schwieriger. Ja gut. Und jedenfalls wollten Sie sich jetzt auch noch mal äußern, Herr Schnellbach. Ja. Wahrscheinlich nicht nur zu diesem Datenproblem, sondern auch noch zu anderen Fragen. Nein, ich wollte vor allen Dingen was zu dem Kommentar von hier vorne gerade sagen, der eben die Interessensverquickung von Politik und Wirtschaft betrifft. Das ist ein klassisch ordnungsökonomisches Anliegen, dass man versucht, die Machtsphären von Politik und Wirtschaft klar auseinanderzuhalten und den Einfluss, gerade auch von machtvollen Interessensgruppen, auf den politischen Prozess möglichst zu reduzieren. Ein Problem, das man da natürlich hat, ist, so in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion, wird das dann immer gerne so als Hinweis dafür genommen, dass man eben ein Problem mit dem Markt hat, dass da große Unternehmen sind, die versuchen, sich ungebührlichen Einfluss zu verschaffen. Aber es ist natürlich, wenn das passiert, immer genau so ein Problem mit dem politischen System. Also zu glauben, man könnte jetzt das Problem lösen, indem man auf zu viel fehlgesteuerten politischen Einfluss noch mehr politischen Einfluss draufsattelt, geht vielleicht auch in die falsche Richtung, oder? Ja. Gibt es noch Fragen? Ja, da hinten. Oder wollen wir... Ich hätte noch mal eine Frage. Nun sind Sie beide Ökonomen und keine Juristen. Aber ich hätte doch mal gefragt, welche Rolle spielt denn bei Ihnen das Recht? Bei Ihnen, Herr Schnellenbach hat den Eindruck, es ist doch das Primat der Ökonomie. Und bei Ihnen, Herr Lauch, ich habe den Eindruck, es ist Primat der Philosophie oder der Weltanschauung. Aber der Rechtssetzer ist ja der Bürger in den Parlamenten. Und der setzt gewissermaßen im Mehrebenen Verfassungsverbund, in dem wir leben, also auf Landesebene, Bundesebene und Unionsbürger, setzt er das Recht. Auch der Europäische Gerichtshof hat ja jetzt ein Primat des Rechts gewissermaßen gegenüber der EZB formuliert, auch bei weitgehenden Handlungsspielräumen. Aber meine Frage ist, warum kam bei Ihnen das Recht so rudimentär vor? Und damit auch der Bürger als Rechtssetzer? Ja, gibt es hier noch Fragen? So, dann Ihre letzte Chance. Das scheint als Drohung nicht wirklich wahrgenommen zu werden. Okay, also, ja, welche Rolle spielt das Recht bei Ihnen beiden? Also, wenn das so rübergekommen wäre, dass der Bürger bei mir in meiner Konzeption keine Rolle spielt, dann wäre das wirklich dramatisch, weil der ja das Zentrum eigentlich meiner ganzen Idee ist. Also, der Bürger als demokratische Person, aber eben auch als derjenige, der diese individuelle Freiheit haben muss, mitzubestimmen und aber auch selbst zu bestimmen, ist ganz zentral. Ich habe jetzt das Rechtssystem als solches nicht diskutiert, aber den Bürger, der, also, meiner Vorstellung legt sich eine recht republikanische Philosophie eigentlich zugrunde, dass der Bürger dieses Gemeinwesen mitgestaltet und auch mitgestalten muss, weil diese Freiheit, die ihm gewährt wird, gleichzeitig natürlich auch mit einer Verantwortung einhergeht. Die habe ich jetzt heute ausgespart, also, aber mein eigentlicher Ansatz in meinem Buch denkt Freiheit und Verantwortung immer als Kehrseite einer Medaille. Also, in dem Moment, wo Freiheit in dem Maße gewährt wird, wie ich sie vorschlage, muss natürlich auch eine Verantwortung eingefordert werden können. Denn jeder, der frei handeln kann, ist für sein Handeln auch verantwortlich und da ist auch eine politische Verantwortung, eine bürgerliche Verantwortung, diese Gesellschaft mitzugestalten, mit Inbegriffen. Das habe ich jetzt hier ein bisschen unterschlagen aus Zeitgründen, aber der Bürger ist das ganz zentrale Subjekt meines gesamten Ansatzes eigentlich. Also, das Recht spielt natürlich immer eine erhebliche Rolle, auch wenn man es nicht explizit erwähnt. Es spielt immer spätestens dann eine Rolle, wenn man beginnt, aus den abstrakten ökonomischen Modellen konkrete Politikempfehlungen abzuleiten. Dann muss man sich überlegen, wie sieht der rechtliche Status quo aus, wie sehen auch die verfassungsrechtlichen, die institutionellen Restriktionen aus und dann muss man sich überlegen, was sind von dort ausgehend möglicherweise sinnvolle Reformmaßnahmen, um das Recht zu ändern und vielleicht auch ökonomisch sinnvoller zu gestalten. Aber es sind halt eben immer letztendlich beratende Anfragen, dass man sich überlegt, wir sind in einem bestimmten Status quo, was können wir jetzt vielleicht im Hinblick auf bestimmte Ziele noch besser machen und dann liefert man Inputs in den politischen rechtssetzenden Prozess letztendlich wieder. Also es ist keinesfalls die Vorstellung, dass sich die Ökonomie in irgendeiner Form über das Recht stellt, sondern wie gesagt, sobald es an die Politikberatung geht, muss man sich diesen Restriktionen natürlich immer stellen und die mit berücksichtigen. Ich glaube, wir sind an unser Ende gekommen. Was für mich sehr interessant war an dieser Diskussion ist, dass wenn man nochmal an den Titel denkt, Freiheit für alle Neubestimmungen des Sozialen in der Marktwirtschaft, diese Debatte eigentlich gezeigt hat, dass man mit der Theorie der sozialen Marktwirtschaft eigentlich jeden Politikinhalt verbinden kann. Also das, was sich vielleicht, also die Böll-Stiftung erhofft hat, dass man jetzt irgendwie klärt, was ist eigentlich soziale Marktwirtschaft und was ist nicht, ist in dem Sinne jetzt beantwortet, dass man sagen kann, Freiheit für jede Art von Programm. Das ist ja eigentlich tröstlich. Da war ja die Frage nach dem Bürger und man kann sagen, der Bürger kann für das stimmen, was er richtig findet und sicher sein ist es immer noch soziale Marktwirtschaft. Okay, vielen Dank, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen noch einen wirklich schönen Tag morgen. Ich glaube, das wird ja genauso kontrovers wahrscheinlich weitergehen. Für alle, die nicht aus Berlin sind, genießen Sie diesen Abend hier. Es soll regnen. Und regnet schon, genau. Und damit bis morgen. Tschüss.